Willkommen zurück zu Dragon Age Orangens. So, wir wollen ja jetzt hier dem Earl Bericht erstatten. Äh, ja. Dann wollen wir das jetzt dann auch tun. Hallo, Earl Eamon. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert? Ähm, was nehmen wir denn da mal? Ähm. Logen hat mit einem Sklavenhändler aus Tevinter zusammengearbeitet. Der Erbauer möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Login darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Äh, aktualisiert. Das Landding. Begib dich zum, äh, zum Landding. Das Landding wurde einberufen und Earl Eamon hat sich auf den Weg in die Kammern. Kammern des, äh, Landdings gemacht. Du solltest dich dort so schnell wie möglich mit ihm treffen. So, gut. Ähm, ja, jetzt ist hier nur noch die Sache mit Slim. Äh, Cold Green. Ja, das müssen wir dann jetzt auch noch, äh, halt, äh, abschließen, damit wir wirklich alles erledigt haben. So, hallo, Alistair. Hoffentlich erwartet Eamon nicht, dass ich eine Rede halte. Einmal Bauer, vermutlich erwartet er das, oder? Keine Sorge, Alistair, alles wird gut. Mach dir wirklich keine Sorgen. So, dann wollen wir mal gucken, wie hat sich hier denn was verändert. Anora ist nach wie vor hier, aber ist ja auch klar. So, unser Hundi, es hat sich hier nix... Gut. Dann gucken wir mal, äh, ob Cold Green jetzt wieder da ist. Aber, ich schätze, wird er schon. Weil er ist der Letzte jetzt im Bunde. So, Alistair. Achso, den dürfen wir jetzt halt immer mitnehmen. Ja, in der Tat. So, weil er ist hier fest, so jetzt, äh, dran gepatscht. So, dann gucken wir mal. Nein, er ist noch nicht da, okay. Dann kommt er noch einen Augenblick später. Achso, wir könnten ja... Wir haben ja noch dieses eine Buch. Äh, hier. Äh, was kriegen wir? So. Benutzen. So. Aufstieg, das ist für uns. Ähm, da haben wir keinen. So, hier haben wir einen. Na toll. Ähm. Ja. Pff. Ähm. Ja, komm, setzen wir einen hier rein. So. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Ähm. Da haben wir eine ganze Menge an Rundumschlägen, Verletzten, Ausrüstung haben wir auch gut vorrätig. Unser Hundi hat es auch gut versorgt. So. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist, äh, die Händler abzulaufen. Ähm. Aber nichtdestotrotz. Ähm. Gucken wir mal. So, da haben wir jetzt königlicher Palast. Ähm. Da haben wir eigentlich alles abgesucht. Ähm. Ups. So, hier haben wir auch soweit eigentlich alles, wie gesagt, die. So, dann gehen wir jetzt noch. Halt. Ups. Ähm. Ne, mach ich erst mal hier einen Speicherpunkt. Äh. Spiel. Ich weiß nicht. Ähm. Schreibe ich jetzt hin. Die Entschaltung. So. So, dann gehen wir jetzt nämlich zum Langting. Ich hab vorsichtshalber halt gespeichert, falls, falls da halt paar Probleme auftauchen, sag ich mal. So, keine Zeit. So, keine Zeit. Ich hab's nicht mehr. Ähm. So, dann geht's. So, dann kommen wir jetzt mal. So, dann gehen wir jetzt hin. So, dann gehen wir mal an. unterstützen einschüchtern wir versuchen sie zu überreden seht ihr wirklich nicht was aus logan geworden ist ich hatte in letzter zeit so viele zweifel logan ist ein großer mann aber sein hass auf ole hat ihn in den wahnsinn getrieben er hat schreckliche dinge getan ich weiß aber ich schulde ihm alles was ich bin ich kann ihn nicht verraten also bittet mich nicht darum wir überreden weiter dann lasst mich ihn aufhalten ihr wisst das ist der einzige weg ich hätte nie gedacht dass die pflicht einen so bitteren beigeschmack hat haltet ihn aufwächter er darf nicht alles verraten was er einst liebte bitte habt mitleid ohne logan gäbe es kein verraten dass man verteidigen könnte so die biet freigeschaltet nun gut sollen wir jetzt schon wirklich da reingehen ich weiß dann ist es ein kürzerer part ich hätte jetzt noch etwas über drei minuten aber da ich weiß dass das langen kalt länger etwas länger dauert als halt diese drei minuten werde ich jetzt hier schon mal diesen part ja es ist nach wie vor beides da also das ist klar dass es da ist aber hier die welle des verbrechens ist noch da gut ja gut dann werden wir im nächsten part das lanting durchziehen ja also schön dass du dabei warst schön wäre es wenn du auch im nächsten part dabei sein würdest ich wünsche dir einen schönen tag einen schönen abend viel spaß und bis denn dann tschüss